MRCC Bremen, wir haben einen Einsatz für euch. Die letzte Position. An Bord hat jeder seinen Platz und weiß um die Gefahr. Wir spielen nicht mit dem Risiko, im Notfall sind wir da. In Kneipen spinnt man, seht man gar nicht. Mich beeindrucken die Leute, die sich dem Risiko stellen und Leuten aus einer Notsituation helfen. Immer volle Kraft voraus und das bei jedem Wetter. Wir können das, wir machen das. Wir sind die Seenotretter. Ich kann niemanden aus dem Wasser ziehen, natürlich vielleicht im Dorfteich oder so, aber professionell jemanden zu retten auf stürmischer See, das wäre nicht meins. Ich kann gut singen, ich kann Kontakte machen, ich kann heute versuchen zu motivieren, da auch mitzumachen oder einfach nur was zu spenden, damit der Gedanke und die Organisation weitergetragen wird. Seit ich Verbindung zu den Seenotrettern habe, liegt natürlich der Gedanke nah, auch ein Lied darüber zu machen. Ich hoffe, dass es den Leuten gefällt und dass es ein weiterer Punkt ist, die Seenotretter zu unterstützen. Ich habe es jedenfalls mit Freude gemacht. Ich habe es jedenfalls mit dem Hof Petersburg emulate, aber ich verabschiederte da. Ich habe es jedenfalls mit Freude gemacht. Ich habe es jedenfalls mit Freude auf und st wealth zu spätet pratic. Ich habe es Klitchen proactive, dass diese Leute, sonst noch nicht die Lage sind. Ich habe es ebenso weiter und gerne itesta ella. Ich habe es eben so zu spätet, weil es eine Leise, aber es gibt alleine. Vielen Dank.